Das war doch jetzt nicht das erste Mal Sport seit so zwei Wochen, oder? Oh mein Gott, shut the fuck up. Woran merkt man es immer? Sag mal. Dass ich dran arbeiten kann. Doch, wir hatten in den 14 Tagen, wo ich quasi im Hotel war, da hatten wir leider keinen Gym drin, deswegen... Oh nein, jetzt hab ich mich verplappert. Fuck. Weil genau das wollte ich sagen, das Hotel, in dem wir ja waren, hatte ja nämlich einen Gym. Theoretisch, wenn er jetzt dort... Das Hotel, in dem wir waren, hatte noch nicht mal leckeres Essen. Oh. Oh shit. Woran, ich kann's nur noch mal sagen. Das beste Essen, was ich gegessen hab, in Kanada, war am Flughafen in der Business Lounge, Bro. Und das zweitbeste Essen, was ich gegessen hab, war Subway. Es ist on God, das ist die Wahrheit. Okay. Dennis sagt es, das hat mir viel verraten gerade. Das klingt überhaupt nix, nein, nein. Doch. Nein, null, what the fuck. Doch, für mich schon. Nein, das klingt gar nix. Doch. Nein, what the fuck. Die Leute in N.A. haben einfach keine Ahnung, wie man Essen macht, Bro. Alles war so fucking ruppig. Aber du hast das meiste Essen noch selbst zubereitet, oder nicht? Meist du, ich hab da drei Gänge Menü in der Wildnis hingezaubert? Mach dich doch nicht kleiner, als du bist, weißt du? Ja, okay, gut, komm, ja, hab ich gemacht. Ich erinnere mich noch daran, als ich da bei euch war, wie du diesen kleinen Salzstreuer ausgepackt hast. Oh, ja, wir wollten erst in unsere Flasche so ein, so ein, es gibt so einen, so einen kleinen Salzstreuer, also so Salz, Pfeffer und noch irgendein Gewürz war das. Und wir wollten ihn erst mitnehmen. Und dann haben wir ein Video gesehen, wie Fritz auf Robert Mark Lehmann reagiert hat. Der meinte, man soll einen Salzstreuer mitnehmen. Und dann meinte Fritz so, das ist für Stadtkinder. Und dann war der Plan gecancelt. Dann haben wir das nicht mehr mit reingepackt. Dann haben wir so, okay, fuck this shit, bro. Ah, das wär cool gewesen, Mann, wenn es da gab. Ja. Ne? Ja, hätte es da gehabt, ne? Hätte ich da mein drei Gänge Menü mitgewürzt. Wenn man so in Kanada ins Restaurant geht, was denkst du, was kostet das? Keine Ahnung, ich hab ja nicht gezahlt. Also, aber, okay. Du sollst sagen, es ist durchschnittlich sind die Reste. Ne, keine Ahnung, es ist schon relativ teuer alles gewesen, bro. Also, es ist einfach relativ teures Essen, relativ schlecht. Das ist das, was es ist. Okay. Ja. Also, es ist wirklich, also, man muss wirklich sagen, also, Vancouver ist einfach Los Angeles in Scheiße. Das ist das, was es ist. Aber halt in komplett Scheiße, oder? In richtig Scheiße, ja. Weil es halt auch noch dazu halt einfach Vancouver ist, so, ne? Also, was ist das halt? Also, bro, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Kopf ist so Kanada, so mega Future Shit. Nein, hä? In meinem Kopf war es immer so, ich dachte so, Kanada, oha, das ist so Amerika, aber viel schöner und ordentlicher und krasser. Digga, also, ich weiß nicht, wie die Anabschiede sind, aber Vancouver war es auf jeden Fall nicht, Leute. Alter, ich würde niemals wieder da hinfliegen wollen. Ich glaube, die Allgemeinheit... Ich fand wirklich, ich war froh, als ich wieder in Köln war. Ich schwöre, wirklich, oh Gott. Ich glaube, die Allgemeinheit denkt aber umgekehrt, bro. Also, ich hätte gedacht, Kanada denkt man eher so rotes Holzfällerhemd. So Leute fahren Downhill-Bike dort in den Bikeparks. Also, so stelle ich mir Kanada vor. Also, ja, schon. Klar, so Holzfällerhemd, Pickup-Trucks so ein bisschen. Ja, genau, genau. Und dann noch so drei Holzloks so hinten drauf. Schon, aber trotzdem denke ich mir auch so, alles ist so mega ordentlich und so mega, so Schulsystem ist besser, Healthcare ist besser und so, so Shit. So stellt man sich's vor. Ah, okay, ja, ja, ja. Okay, ich checke, ja, ja. Und du kommst da an, Bruder, und du denkst dir einfach nur so, Digga, wirklich, wer hat die Amis verarscht, Bro, dass die sagen, dass Kanada am USA ist mit europäischem Einfluss. Digga, es ist einfach USA mit einem Haufen Hundescheiße Einfluss. Digga, es ist so hässlich da, wirklich. Es ist so hässlich, Bro. Das war übertrieben, Scheiße. Das ist die Ostseite, ja. Maybe it's, äh, Vancouver has been ranked the fifth most beautiful city in the world. Niemals, Bro, holy shit, wie viel Geld haben die bezahlt? Niemals. Digga, no fucking way. Bro, wir waren am Tag vor der Aussetzung, oder zwei Tage vor der Aussetzung, keine Ahnung, waren wir in einem Restaurant und die hatten, ja, also erstmal, jedes Getränk hat Chlor drinnen. Egal, was du trinkst, Cola, alles. Und die hatten auf der Karte original deutsches Weizen. Digga, ich weiß nicht, was das war, aber das war nicht, das war, das hat nichts mit einem Weizen zu tun, Bruder. Das war das Reudigste, was ich je getrunken habe, Bro. Da würde ich lieber, da würde ich lieber eine verfickte Mate trinken, als was auch immer das war. Digga, das war so eklig. Und heute machst du halbe Vermögen der Zeit. Der eine von den Naturensöhnen, Bruder, er hat komplett weggezogen, ihm war komplett egal. Er hat komplett weg, er hat auch so einen Weizen gehabt, komplett geballert, das Ding. Bruder, wir haben das einfach, wir haben das einfach so, wir haben das dann so Adam hingestellt, Skylight TV, Bro. Und meint so, er soll das trinken. Digga, das war so Reudig, Mann. Wollen wir reingehen, Bro? Ähm, es lädt bei mir noch, 92%. Warte mal, du legst wirklich den Steine-Simulator, ich lade den nicht. Wollen wir weiter. Vielen Dank.